Heute haben wir Besuch von zwei Allergikern, die uns etwas über eine Pferdeallergie erzählen. Kathi, Christine, wie habt ihr denn eure Pferdeallergie entdeckt? Also ich bin schon das geiles Kind immer reingegangen auf den normalen Hof. Da waren normale Pferde und ich war sechs Jahre und bin im Stall zur Sauerferien eingegangen. Und es waren keine Curlies und ich habe voll angefangen zu husten, zu fließen, Augens und die Tränen. Ich habe zum Arzt gefahren und der hat einen Allergiestest gemacht. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich habe Tierallergie, ganz besonders Pferde und Katzenhalt. Und dann war ich halt verzweifelt und Reithalt ist überhaupt nicht gegangen. Ich habe versucht, nicht auf einen normalen Pferd zu setzen, aber ich hatte voll angefangen zu husten und alles. Okay, und du, Christina? Ich war bei einer Arbeitskollegin von meiner Mama, Breiten, die hat ein Pferd, bis ich daheim stehen gehabt. Und auf dem bin ich halt immer geritten und ich habe halt irgendwann keine Luft mehr bekommen. Und das ist halt nicht besser geworden. Und ich habe halt auch schlupfen bekommen, meine Träne, also meine Augen sind gedreht. Ja. Okay. Und wie reagiert ihr auf Pferde? Das habt ihr ja eh schon erklärt. Was waren denn eure schlimmsten Erfahrungen mit der Allergie? Können wir da einen Punkt überlegen? Gerne. Also ich habe eben meine schlimmste Erfahrungen war, dass ich in einer Reithalle Reizunterricht hatte. Normales Pferd, Longstunde, Longstunde. Und ich habe normal geritten halt und da wollte sie halt sagen, dass ich mit dem Pferd natürlich spreche, kommuniziere, eben so mit der Stimme halt auch treibe. Und das hat leider nicht funktioniert, weil ich konnte wieder schlucken, ich konnte nicht reden. Mein Hals war, also das war wirklich arg. Dann bin ich rausgegangen, musste mich mal beruhigen. Wir haben Asthma-Spray genommen und dann ist wieder halbwegs gegangen. Aber ich habe wirklich nicht nur schlucken können und nicht mehr reden können. Das war das Ärgste für mich. Okay. Und du, Christine? Ich bin bei meiner Tante im Auto gesessen und wir sind halt auf dem Weg vom Stall wieder heim gewesen. Und ich habe mitten auf der Autobahn keine Luft mehr bekommen. Und wir hatten halt auch nichts dabei, weil wir das nicht wirklich gewusst haben. Ja. Okay, na das sind schlimme Erfahrungen. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie war eure erste Reitstunde auf einem Curly Horse? Also meine erste Reitstunde habe ich zum Geburtstag gekommen. Ich habe mich urgefreut, weil ich wollte unbedingt wieder reiten. Und es ist halt nicht gegangen auf normalen Pferden, weil ich wäre runtergeflogen, weil ich den Cale of Creek habe. Und dann habe ich eben erfahren von meiner Mutter, dass es Curly Horses gibt. Und die sind eben für Allergiker. Und dann bin ich hier zum Stall gekommen vor drei Jahren, vier Jahren. Und ja, das war eigentlich, ich habe mich so gefreut. Das war natürlich draußen, weil Reithalle wäre ein bisschen zu riskant gewesen. Und ich habe kaum was gespürt. Klar, am Anfang hatten wir doch immer so, dass der Körper sich nicht darauf eingestellt hat, dass es kein normales Pferd ist, sondern dass das Pferd extra drauf gezüchtet wurde. Und die Fähigkeiten dazu hat, dass man nicht darauf reagiert. Aber ich habe ganz wenig wirklich gespürt und habe mich urgefreut. Wunderschön. Und bei dir, Christine? Es ist nicht mehr. Okay. Das macht nichts. Das macht nichts. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie ist es jetzt, wenn du auf einer gemischten Koppel bist, Christine? Ich meine, zur Demonstration hier hinten haben wir ein paar nicht Curly Horses. Ich spüre persönlich nichts. Ich habe auch kein Problem mehr, normale Pferde zu führen. Okay. Mein Körper hat sich langsam daran gewohnt, das Pferdehaar. Ja. Es hat gar nicht so lange gebrochen. Nein, Monate. Krass. Wow, ich habe vorher zwei Jahre. Okay, und wie ist es bei dir von Anfang bis jetzt? Ich bin gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Sehr schön. Der ist heute in der Früh auf einem normalen Pferd geritten wieder. Gar nichts mehr. Ein Wahnsinn. Und wie ist dein Umgang jetzt mit Nicht-Curlys? Ich bin fast schon. Also ich wieder ganz normal. Okay. Es sind für mich normale Pferde, die ich wieder anfassen, reiten, striegeln, alles kann. Das klingt ja gut. Und bei dir, Christine? Du bist ja noch nicht so lange hier? Für mich ist eigentlich ziemlich dasselbe. Okay. Danke für das Interview. Ja. Danke. 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 Danke.